Mahlzeit Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal, wir spielen wieder eine kleine Runde Green Hell und zwar die Challenge Nummer 1. Wir werden es nochmal versuchen, in der letzten Folge haben wir es nicht geschafft, da sind uns einige Sachen entgegengekommen. Diesmal sind wir gewappnet her, ich sage bewusst her, nicht dass wir gewappnet werden. Jetzt habe ich auf Survival geklickt, das wollen wir nicht, wir wollen hier wieder zurück gehen, wir sehen uns gleich nach dem Intro bei der ersten Challenge. So Freunde, wir versuchen wieder das Campfire zu leiten oder abzuleiten, aber wir haben hier erstmal einen kleinen Wartebildschirm, das heißt wir machen hier einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn die ganze Show anfängt. Bis gleich. So Freunde, wir sind wieder am Start und wir gehen direkt los. Was ist das? Unknown Mushroom, oh das könnte lustig werden. Wir nehmen mal hier die Ropes mit. Und wo bin ich denn lang gelaufen in der letzten Folge? Wir wollen gar nicht lange fackeln. Hier hinten bin ich lang, am Berg. Und dann kam mir da der Fuzzi entgegen. Hier können wir auf jeden Fall schon Steine har... Harvesten. Ja man, hier bin ich lang gegangen. Alles cool. So. Können auch ruhig ein bisschen laufen. Wir sind hier noch unverletzt, nicht wahr? Wir regenerieren ja immer noch. Oh, noch eine Verletzung. Ähm. Wo bin ich dann lang? Bin ich über den Berg? Nee, ne? Ich bin hier lang, oder? Ich weiß es nicht mehr. Hier liegt auf jeden Fall erstmal ein Stick. Den brauche ich. Wenn ich den Holzflock wiedererkenne, der den Weg versperrt, dann weiß ich, dass ich da bin. Aber das sieht mir absolut nicht danach aus. Uh. Unknown Mushrooms. Oh, das wird hier eine trippy Folge, oder was? Hier haben wir gar keinen Bock drauf. So, was ist denn da vorne? Was ist das? Flugzeug? Was ich in der letzten Folge auch gesehen habe? Wir sind schon ganz schön weit, glaube ich. Oh, nee, nee. Nicht, dass uns gleich wieder so eine Kanalie hier entgegenkommt. Rope. Einen Stein bräuchte ich. Simple as that. Dann könnte ich mich ja schon wehren. Da vorne ist wieder so ein komischer Pilz. Habe ich doch hier eben gesehen, oder nicht? Sind das die? Okay, die Papageie hören sich irgendwie an wie Adler. Hm. Okay. Das mit dem Campfire. Ach, guck, da ist das Flugzeug. Ja, sehr geil. Die picke ich direkt ab. Das mit dem Campfire da oben. Die Koordinaten, die sind dieselben wie in der letzten Folge. Das heißt für mich, ähm, ja. Ich bräuchte sowas wie einen Kompass. Vielleicht finde ich den da ja oben. Vielleicht kann ich hier ja hochklettern. Vielleicht finde ich eine Banane. So. Die legen wir mal hier ab. Wir wissen ja, dass hier welche sind. Ja, er ist mal wieder durstig. Alles cool. Wir haben die Maden. Die nehme ich aber diesmal mit, ohne sie zu essen. Ähm, was hatte ich denn hier noch? Heart of Palm. Das hatte ich nicht. Spoilt, aber auch. Okay. Coconut Boy. Wir nehmen einfach wieder irgendwas mit hier, ne? Irgendwas mit, das wir zum Überleben brauchen. Genauso wie das. Obsidian Stone. Obsidian Stone. Coconut Flash gekocht ist. Ansonsten war hier nur noch die Asche und nochmal ein Stein. Und dann habe ich hier schon das Feuer hingemacht. Ähm. Light Up Campfire. Ich meine, das Campfire, was gemeint ist, ist wirklich das, was ich da hinten gefunden habe. Irgendwo, wenn wir hier diesen Flusslauf weiter entlang gehen. Ähm. Hier kam aber auch der eine Kollege um die Ecke. Mit seinem, mit seinem Gedöns, weißt du? Hier, der uns irgendwie mal an die Schulter fassen wollte. Äh. Okay. Ich brauche definitiv Steine. Waren hier nicht am Rande auch Steine? Hier, wo der Stock gelehnt hat. Jetzt ist hier nur noch ein kleiner Stock. Und. Das Wasser ist weg. Achso. Weil es geregnet hat wahrscheinlich. Das wäre ja krass, ne? Wenn sich das Wasser so sammeln würde. Das ist eine Schlange. Oh, direkt vor mir. Okay. Ich sollte wirklich hier auf dieser Straße des Dschungels bleiben. Ähm. Ja, gut. Für keinen Weg dann vorbei. Hier, das Teil, das nehmen wir gleich mit, wenn wir Steine haben. Da vorne liegt einer. Sehr geil. Da können wir das schon mal an den Start bringen. Ähm. Wir können harvesten. Und wir brauchen noch Stöcker. Ich mache mir hier jetzt erstmal Craft. Ach, das ist der falsche Stein. Craft. Craft. Obsidian Stone. Removen. Stone Blade. Wie? Braucht ich denn noch Sticks für? Ne, der Stick war es nicht. Achso. Ich kann schon craften. Ähm. Stone Blade. Warum kann ich das denn nicht equippen? Was habe ich denn... Was habe ich denn eben gemacht? Fuck. Uncool. Okay, wir brauchen neue Steine. Ne, ich habe es equipped. Okay. Das ging von alleine. Also, falls jetzt hier irgendein Johnny kommt, können wir uns wehren. Aber hier war ja keiner, ne? Ähm. Ich gehe mal zurück und... Stocker mitnehmen. Ich gehe mal zurück und gucke nach Schlange. Ich gehe... So, das nehme ich jetzt mit. Da liegt noch eine Kokosnuss, die nehme ich auch mit. Weil die ja so thirsty ist, können wir die gleich erstmal trinken. Aber einen Stein brauche ich auch definitiv noch. Dry Leaf, please. Nicht nur eins. Dry Leaf. Dankeschön. Dry Leaf. Dankeschön. Da ist noch eins. Ähm. Ich habe die letzte Folge zum Einstieg mal irgendwie auf eine halbe Stunde gemacht, weil es sich gerade angeboten hat. Aber auch... Ähm. Ne. Oh, Moment mal gerade. Ich könnte theoretisch so direkt schon die Kokosnuss ernten und mitnehmen. Das wäre effektiver. Ja, und jetzt mache ich auf jeden Fall wieder normale 20-Minuten-Folgen hier mit dem Projekt. So, wir haben alles. Ähm. So, hier ist jetzt Regenwasser. Sag mir bitte, dass das jetzt safe ist. Unsafe. Ich kann da nicht einfach draus trinken. Ich muss mir das ja mitnehmen. Das ist echt scheiße. Okay, ein bisschen können wir ja aushalten. Ich gehe mal hier jetzt hin. Mal hier so in meine kleine Ecke. Und hoffe, dass mich niemand sieht. Alles klar, wir haben erstmal unsere Crafting-Abteilung möchte einmal craften hier, einmal craften da, craften. Wir haben den Handrill. So, das geht schon alles ein bisschen besser, ne. Dann. Handrill. Use. Wir müssen. Ne. Das hier hinmachen. Ah, ich bin doch so ein Spast. Vielleicht müsste ich erstmal ein Campfire bauen, ey. Ich hab Glut. Wow. Ich bin jetzt warm. Scheiße. Kann ich das nicht irgendwo? Fuck. Oh, nein. Ja, doch. Was ist denn mit ihm? Okay, warte mal. Wir trinken erstmal eine. Nehmen wir hier einen Sip. Nehmen wir da einen Sip. Ich weiß nicht, ob ich das Ding essen sollte, Mann. Aber wir haben noch Beef Jerky. Können wir uns auch erstmal reinhauen. Wow, krass. Das ist echt krass gewesen. Dann brauchen wir hier erstmal die Stöcker, ne. Ach, wir haben safe so wenig. Okay. Notebook. Coconut Bidon. Coconut Rope. Stone Blade. Ähm, okay. Aber habe ich nicht eben noch andere Rezepte gemacht? Campfire. Weißt du was? Ich baue mal das. Wow, das ist ja noch heftiger. Theoretisch. Wegen den ganzen Steinen. Oh Gottchen. Ja gut, warte mal. Kann ich die noch zerspladern, Alter? Ich kann sie zerspladern. Ja, das ist gut zu wissen. Mann, aber da hinten dieses Campfire, das erschien mir irgendwie echt sinnvoller. Als Lösung für diese Challenge, weil das ist nämlich dann schon ein bisschen sehr schwer und auch ein bisschen sehr ehrgeizig. Was haben wir hier, diese Frucht? Geil. Noch eine? Ne. Ja, so weit, so gut. Es ist auch keiner hier zu sehen, der hier irgendwie so lang streift oder so. Aber ich würde echt zu gerne da oben hoch. Hm. Wollen wir mal gucken? Da können wir doch nicht hoch. Hier hat uns der Typ attackiert, glaube ich. Oh, hier liegt ein Stein. Ähm. Ja, ich harveste einfach mal. Ähm. Oh, die Schlange. Ja, Stöcker. Soll ich den Baum hier mitfällen? Alles klar, das geht sehr schnell kaputt. Craft. Craft. Shit. Craft. 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 Nee, der Rope war es nicht, Mann. Stick war es auch nicht. Hä, komisch. Einfach komisch. Okay. Stoneblade. Weiter geht's. Ja. Müsste ich wohl Stöcker sammeln, ne? Expand. Craft. Hm. Okay. Ich dachte, ich hätte das im Menü irgendwie anleiern können, dass ich das dort direkt als Stick verkrafte. Schade. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier gerade Zeit verschwende. Wäre es nicht sinnvoller, mein Campfire da hinten aufzubauen? Ich meine, ich habe da ja, habe ich hier alles mitgenommen. Ne, ich habe das jetzt hier aufgebaut mit meinem einzigen Stick. Und die ganzen Kokosnüsse sind hier, wegen Trinken und so. Hm. Ich könnte mich ja einmal voll boosten und dann dahin. Aber die erste Nacht ist auch am Start. Das heißt, eventuell könnte ich die Nacht in dem Bett direkt pennen, wenn ich mich voll geboostet habe. Weil das wird hier bestimmt noch drei Millionen Jahre dauern. 1, 2, 3, 4. Ne, wir gehen mal noch nicht pennen. So. Erstmal, das kann ich essen, das weiß ich. Was? New Entry Food Poisoning, als ob. Ach Mann. Und ich dachte, das kann ich essen. Ähm, harvisten. Wir essen schon direkt. Trinken. Trinken. Harvest. Ich gucke immer mal so ein bisschen nach rechts, ob da dieser, dieser Johnny auf uns zukommt. So, und wir essen. 1, 2, 3, 4. Energie ist immer noch down. Ich glaube, die habe ich schon getrunken. Okay. Esse ich aber auch noch. Wir essen uns richtig schön satt. An dem Teil. Warum nicht? Das Einzige, was noch ein bisschen hoch geht, ist Health. Okay. Übel vollgefressen, würde ich sagen. Das bedeutet. Ich drücke jetzt T. Nehme den Stick wieder mit. Und halte Ehe zum Schlafen. Und hoffe, dass wir morgens rauskommen und nicht mitten in der Nacht. 1, 2 Uhr. Scheiße. Genau in der Nacht. Oh. So ein Mist. Ja, gut. Ey, ich glaube, der hat mich auch in der Nacht attackiert. Kann das sein? Warte mal. Moment mal. Ich droppe die mal hier. Ah, toll. Jetzt wird es oft so regnen. Ich glaube, so geht es schneller. Nö, geht es nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Kleine Türmchen haben wir gebaut. Alles klar. Dann mal hier noch schnell. Craft. 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 Und wir legen es auf die 2. 1. 2. Okay. Der eine ist fast down. Der andere ist noch voll. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal los und suchen dieses Campfire. Und dann werden wir uns dort... Worm. Oh, ich habe einen Wurm ge... Wie? Das ist immer eine Scheiße hier in dem Spiel. Das ist so heftig. Realistisch. Nein! Alter, man erschreckt sich. Immer so übel. Wo ist die Dreck-Sau? Ich gehe wieder in meine Höhle. Oh, kleine Höhle. Mann, ey. Ohne Scheiße. Man erschreckt sich wirklich immer voll. Hallo. Da ist ein Loch. Von wegen safe. Ja, was ist denn jetzt mit ihm? Kann ich da jetzt raus? Sanity minus 3. Ich will nicht schon wieder irgendwie verletzt sein. Möchte das nicht. Der soll weggehen. Wo ist der? Wehe, der springt hier gleich aus der... Aus der Ecke raus, Alter. Und dieses... Scheißgejaule, was er immer von sich gibt, ist auch voll erschreckend. Verdammt. Ich bin doch auch safe schneller als der. Wie es aussieht, ne? Hör mir auf! Sogar dieses... Diese Blasen, die aufsteigen, Alter. Heftig. Langsam übertreiben sie es. Fuck. Wo ist denn dieses Campfire gewesen? Es war doch hier oben irgendwo. Hier ist es. Schön wäre es, wenn ich hier auch noch diese Heilpflanze finden könnte. Was ich allerdings nicht tue. Oh Mann, Alter. Alter, was war das? Ähm. Inspekt. Was ist das? Use wheel to select a limp. Was ist das? Für ein Ding. Leech? Oh, echt jetzt? Wie es aussieht, ey. Alles klar. Aber was das ist, finde ich echt crazy. Okay. Wir sind wieder hier. Wir sind beim Campfire. Boah, krasser Grund. Und... Wir können hier jetzt quasi direkt rein starten, was zu bauen. Ich brauche definitiv bessere Waffen. So viel steht fest. Am besten wäre ein Speer, um irgendwelche Leute schön auf Range zu halten. Aber wie geht das? Wahrscheinlich brauche ich hier so ein Long Stick. Pick up. Craft. Long Stick. Craft. Ja, echt jetzt? Craft? Ne. Rope. Bitte sag mir, dass es die Rope ist. Ja. Alter, nice. Und ich sag noch. Speer. Guck dir das an. Speer, Freunde. Speer. Ne. Speer. Nicht werfen. Okay. Zwei Attacken. Ich muss also Locks hier rein machen. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Locks. Das ist aber Bonfire oder so, ne? Und ich soll Campfire leiten. Das ist natürlich crazy. Weißt du, was ich dann mache? Dann mache ich das erstmal. Stone. Stick und Stone. Ganz einfach. Okay. Stick and Stone. Ähm. Fire. Campfire. Light. It. Up. Bip.